Hi meine Lieben, schön fürs Einschalten. Ihr hört, hier klingt es ziemlich hallig-schallig. Schöne weiße Wände, fast, also die müssen noch eingefuckt werden. Ein bisschen zumindest im Großen und Ganzen. Befinden wir uns in einem schönen, gefließten Raum. Nein, ihr seht, Raum ist fertig, so weit zumindest schon mal gefließt. Jetzt geht es an die nächsten großen Teile. Das heißt, hier drin entsteht unser neuer Verkapselungsraum, wo richtig viel produziert werden soll. Nicht nur so, noch wird. Und ja, ich habe richtig viel Spaß dabei. Und ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, was hier passiert, abonniert, teilt, liked. Ihr wisst schon, schreibt mir auch gerne mal was in die Kommentare. Ich schreibe das super gerne zurück. In diesem Sinne, ja, maschlau, genießt den Tag und neue Leben. Ihr wisst, ich lebe es noch einmal. Maschlau, euer Micha. Ciao, ciao.